Angela Merkel, eine der mächtigsten Führungspersönlichkeiten der Welt, hat ein Leben voller Schmerz und Geheimnisse geführt, die sie verborgen gehalten hat. Am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren, wuchs sie in einer Familie mit akademischer Tradition auf, doch ihr Leben war nicht einfach. Sie war eine der ersten Frauen in der deutschen Politik, doch ihr Erfolg konnte die Traurigkeit in ihrer Seele nicht verbergen. Merkel war in erster Ehe mit Ulrich Merkel verheiratet, den sie 1977 heiratete, von dem sie sich jedoch 1982 scheiden ließ. Das Scheitern dieser Ehe hinterließ tiefe Wunden in ihrem Herzen und gab ihr das Gefühl, auf ihrem harten politischen Weg allein zu sein. 1998 heiratete sie erneut den Chemiker Joachim Sauer, doch ihre arbeitsreiche politische Karriere erschwerte ihre Beziehung. Sie kämpfte ständig zwischen beruflicher Verantwortung und Privatleben, was ihr ein Gefühl von Druck und unbeschreiblicher Traurigkeit bereitete. Die traurigen Geheimnisse, die sie verbirgt, beschränken sich nicht nur auf die Liebe. Als deutsche Ministerpräsidentin war Merkel mit unzähligen Skandalen und Kritik aus der öffentlichen Meinung konfrontiert. Obwohl sie als die mächtigste Frau der Welt gilt, muss sie dennoch enormen Druck aus dem In- und Ausland ertragen. Insbesondere ihr Ehemann Joachim Sauer enthüllte im Alter von 70 Jahren schreckliche Geheimnisse über sie und löste damit Gerüchte über die Skandale aus, die sie stets zu verbergen versuchte. Diese Enthüllungen schockierten nicht nur die öffentliche Meinung, sondern führten auch dazu, dass sie scharfer Kritik seitens politischer Gegner ausgesetzt war. Frau Merkel spricht oft über ihre Trauer, nicht nur über ihr Privatleben, sondern auch über politischen Druck. Angesichts von Kritik und schwierigen Entscheidungen lernte sie, belastbar zu sein. Tief in ihrem Inneren fühlte sie sich jedoch einsam und es mangelte ihr an Verständnis seitens ihrer Mitmenschen. Seltene private Momente mit Familie und Freunden wurden zu kostbarer Stille, in der sie inmitten der Stürme etwas Frieden finden konnte. Angela Merkels Leben ist ein Zeugnis einer starken Frau, die sich mutig dem Schmerz und den Geheimnissen stellte. Sie kämpfte unermüdlich darum, ihre Position in einer wettbewerbsintensiven Welt zu behaupten, aber diese Schmerzen und Geheimnisse wurden zu einem unverzichtbaren Teil ihrer Reise. Obwohl sie viele Schwierigkeiten durchmachte, stieg sie weiter auf und wurde zu einem Symbol für Stärke und Ausdauer, einem Vorbild für viele Generationen von Frauen in der Politik. Sie ist eine komplexe Figur, nicht nur wegen ihrer beruflichen Erfolge, sondern auch wegen ihres dumpfen Schmerzes und ihrer Geheimnisse, die nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Ihr Leben ist nicht nur eine Geschichte der Macht, sondern auch ein Tauziehen zwischen Glauben und Angst, zwischen Erfolg und Misserfolg. Diese Dinge machen die Geschichte von Angela Merkel wirklich lebendig und einprägsam, eine Lektion in Ausdauer und Mut im Leben. Angela Merkel ist nicht nur eine wichtige Figur in der politischen Geschichte Deutschlands, sondern auch ein Symbol für Widerstandskraft und die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Ihr Leben ist voller Schmerz, von persönlichen Verlusten bis hin zu beruflichen Herausforderungen. Ihr Start in Hamburg war nicht einfach. Sie wuchs in einer Familie mit hohem Bildungshintergrund auf, lebte jedoch in einer gespaltenen Gesellschaft, als Deutschland in Ost und West geteilt war. Die Entbehrungen in ihren frühen Jahren sowie der Kampf zwischen zwei unterschiedlichen politischen Systemen lösten in ihr ein Gefühl der Unsicherheit aus. Sie fühlte sich wie jemand in der Mitte, der keiner Region angehörte. Als sie sich entschied, sich in der Politik zu engagieren, war das nicht nur ein Schritt, sondern auch eine persönliche Revolution. Als Frau in einer weitgehend von Männern dominierten Welt musste sie sich auf Schritt und Tritt beweisen. Sie musste sich mit dem Schmerz der Ablehnung, der Kritik von Kollegen und dem Druck, doppelt so hart zu arbeiten, um anerkannt zu werden, auseinandersetzen. Obwohl es ihr gelang, in politischen Positionen voranzukommen, verfolgte sie in ihrem Herzen immer noch das Trauma der Vergangenheit. Während ihrer ersten Ehe mit Ulrich Merkel litt sie unter Trauer, als die Dinge nicht wie erwartet liefen. Der Abbruch dieser Beziehung gab ihr das Gefühl, ein Teil von sich selbst sei verloren gegangen. Die Einsamkeit verfolgte sie auch nach ihrer Heirat mit Joachim Sauer weiter. Obwohl ihre Beziehung ihr emotionalen Halt gab, konnte sie die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und den Druck der Gesellschaft nicht verdecken. Sie hat oft das Gefühl, nicht genug Zeit für ihre Familie zu haben, und fühlt sich deshalb schuldig. Schmerzen nicht nur durch die Karriere, sondern auch durch die Trennung von geliebten Menschen. Auch politisch war Frau Merkel mit vielen Herausforderungen und Krisen konfrontiert. Ihre schwierigen Entscheidungen im Umgang mit der europäischen Schuldenkrise, der Flüchtlingskrise und der Regierungsführung der Europäischen Union haben sie in die Kritik geraten. Jede Entscheidung ist mit einem enormen Druck verbunden, und manchmal hat sie das Gefühl, sich mitten in einem nicht gewinnbaren Krieg zu machen. You know, what's funny, I think that initially, so when we're training these people, these techniques, there are people who are like, oh my God, I get it right away. I want, my intention is to serve other people, and a lot of real estate agents are like that. That's what their intention is. They want to help people, they just don't understand how to help that other person understand that, right? They do it inefficiently. And then some of them just still want to win and still just want that own, you know, they want what they want. But when we teach them, hey, this is a technique, this is a perspective that's going to get you what you want. They're like, okay, let's do it, right? And then I think that as they do it, then they start to get more comfortable and they see how comfortable the conversation or how much more empowering and enjoyable the process of having a sales conversation with a person can be when you approach it from what's in that person's best interest. And then it clicks for them. Do you teach your people to talk a lot or to listen a lot? I mean, can you give me some perspective there? Yeah, we actually teach them that when they're, that they are in control of the sale if the other person is talking. They are out of control if they are talking, generally speaking. Man, I'm so happy to hear you say that because when you get good at sales, I've invested a large sum of money in my sales education. I grew up with a father that was a salesperson. Like sales has been most of my life. And getting older, getting better at it from a skill set standpoint, you really start to see like where people are good and where people really need to improve. I had my own personal interaction the other day. And I think all things are sales. You know, I wasn't buying anything. We had a conflict come up and, you know, we sat down with somebody who didn't have a lot of sales ability. They weren't necessarily very skilled, didn't have a high degree of EQ, didn't really, didn't seem to care. Unfortunately, I think they probably did care a ton. They just didn't know how to communicate their caring. And they didn't ask a lot of questions. They didn't ask how we felt. They didn't ask why we felt that way. They didn't, they didn't do some of those kind of basic things, dominated the conversation for an hour. And my wife and I got through that interaction. How do you feel about that? I said, I feel like that man said a lot and very little at the exact same time. And I think that, you know, real estate agents could learn a lot from that. And it's something that I've learned is like exactly what you just said. If you're talking a lot, you're losing. If you're, if you're listening a lot, you're winning. And that can be challenging though for, for newer people that are really trying to hone in those skill sets. As a salesperson, what would you coach me to do to stop talking a lot? What tactically could I do to maybe quit dominating the conversation and just sit back and listen? How can I do that? I think.